Let's go... Grüße miteinander und herzlich willkommen zum Daily Vlog. Wir machen später mit Antonia hier. Hast du 7D? Ja, jetzt habe ich Erol. Ich habe sie eingeteilt. Heute ist es Finaltag. Ja, Finaltag. Und dann gibt es ja immer noch einen Vokal. Genau. Das wissen sie aber noch nicht. Wir haben jetzt denen gesagt, nur die Besten können. Nur die Besten können. Aber alle können wir sagen. Also der Erol, er ist auch nicht geizig mit den Punkten. Genau. Wir tanzen und als Team wäre am besten. Die ganze Mannschaft, Früchte, Pausen, Tee trinken, ist ganz wichtig. Hallo zusammen. Du bist Managerin der Heimann Fussballschule. Genau, wir sind das ganze Marketingleiter koordiniert. Ja, ja. Auch so. Und jetzt bekommen alle Überraschungen. Riesen Pokal rüber. Und eine Urkunde, dass sie bei uns dabei sind. Genau. Was haben sie verdient? Ja, sie sind so alt für Fussballschule. Das ist so. Und sie secken ja umeinander. Ja, sie haben richtig gefreut. Mika, ja? Ja. Oh, und zahlst du? Ja. Das ist super. Eroli ist ein guter Trainer, gell? Ja. Das ist Bruno. Er war lange Jahre Präsident vom FC Gräniken. Ja, das war ich. Ja, das war ich. Es gibt nichts Schöneres wie Kinderflussballschule. Ja, siehst du. Jetzt bin ich halt gerade in der Woche. Der Kalippo bringt Fresse, gell? Sali Kalippo. Jawohl, Leute haben wir. Wir haben hier einen Sponsor. Fokuswasser. Und zwar habe ich hier Pineapple und Mango. Also Ananas und Mango. Let's go! Everybody wants to take control Stop! Stop! Go! Let's go! Ich habe das gesehen von der Heimat der Football-Schule und er ist sicher ein ganz guter Gremi Karaktiker, weil es so mit den Kindern umgeht Versuchen Weitere Camp Termine hat wir schon aufgeschaltet Wir würden uns freuen, wenn ihr auch dabei wären. Auf www.heimanfootball.ch Also hier ist noch angeschrieben Heimer Football am Stück. Und ja, das wäre es einfach gewesen. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Danke vielmals. Abonnieren nicht vergessen. Bleibt gesund. Ja, unbedingt. Wir haben Insta, Facebook und TikTok-Kanal. Und das ganze Programm. Also Isle, danke vielmals, dass ich vorbeischauen durfte. Super gemacht. Auch der Ero. Danke. Vielen Dank. Also, tschüss zusammen. Danke. Tschüss.